Mach du das aber auch. Du sollst dich heilen. Du Stück. So. Na gleich einmal hin mit besseren Chancen. Puh, armer Todswehr. Okay. Wirkt ungefähr genauso lang. Okay. Fand ich lustig, als ich eben noch gedacht habe. Oh, guck mal, das ist nur einer. Einer. Man sieht es. Wenn wir da hinten ja schon drüber rumrennen. Oh Gott, damit. So, komm, mach das Tricks wie Platin. Komm, 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 komm. Trall da, lass nicht so fit sein. Dankeschön. Super. Halt. Du zündest sie bitte an. Da hat die Verlesung gut wie gar kein Leben durch den Bären. Da ist doch gar nicht so schlecht. Äh, geil, wie kommt sie gut so? So, du musst das nochmal bitte. Okay, braucht's nicht, braucht's nicht, braucht's nicht. Alter, da ist nur drei da hinten. Da ist nur drei da hinten rum. Die ist rechts, wie ich euch. Ah, vier. Fickt euch. Geh weg. Ach. Mach das doch mal tot. Komm, es regeneriert sich. Soll sich nicht regenerieren. Oh, Handy. Komm, komm, komm. Oh Gott. Das ist viel zu viel Zeit. 18, das wird doch nicht mehr. 11, komm, Bär. Mach mal was. Na, toll. Wie kämpfst du denn gerade überhaupt? Genau. Am besten noch drei da. Das ist eine gute Idee. Das ist viel tot. Ja, gut. Ja, gut. Widerschlag, bitte. Mach's nicht. Mach's einfach nicht. Nein. Oh, es ist immer noch nicht tot. Das gibt's doch nicht. Was steckt denn das Scheiß wieder rein? Nein. Ja. Fuck. Ich komm nicht mehr klar. So, komm, mach platt. Ja, es geht doch. So, aufs nächste bitte. Kommt, 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 kommt. Das darfst du nicht enden. Kommt schon. Tötet mir diese Drecksviecher. Nein, nicht auf dem Bären. Das hat aber nicht gemacht. So. Zack. Bärm. Geht doch. Um nicht gleichste, Freunde. Große Zaubertrank. Ich hoffe, wir kriegen dieselben Items wie eben. Wir kriegen viel mehr Zaubertränke als Heiltränke. Schade. Lasst das mal vor, Grimm. Tja, Mann. Schade, was bringen die überhaupt? Ja. Ja. Nimm mit. Und mega nicht. So, das speichern wir auf jeden Fall noch. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir so da in diesen komischen Viechern verwerben. Deswegen sorry, dass wir das nochmal machen müssen. Okay, und jetzt geht's immer gut. Ach so, die Leiche. Natürlich, die müssen wir natürlich nur mitnehmen. Die können wir nicht einfach so liegen lassen. Ich meine, was hat er denn überhaupt dabei? Ach ja, genau. Bolzen im Innenholz. Wie furchtbar interessant. Gut, dann speichern wir jetzt schon mal. Und gehen zurück zum Punkt, wo wir eben waren. Und versuchen nochmal durchzurennen. Ähm, mach dir nochmal bitte meinen Armaturs. Du auch. Gut. Man weiß ja nie, wofür man es gebrauchen kann. Ich weiß wirklich nicht, wofür man es gebrauchen kann. Ich glaube, es bringt ein bisschen mehr Rüstung, ja? Oder so. Naja. Hoffen wir es einfach mal. Gut. Nicht sehen. Nicht sehen. Sie hat mich nicht gesehen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall rennen. Nein, wieso denn? Wer denn? Wer denn? Fickt euch doch. Nein. Oh, wenn es jetzt an und für eine Sekunde geht. Oder jede Sekunde. Lass mich doch in Ruhe. Die sehen mich gar nicht. Die sehen sich nicht mehr von mich. Was soll das? Hört auf damit. Das ist das. Okay, jetzt ist es auch. Natürlich. Auf einem Schlag. Komm, komm, komm. Wir können uns nicht viel Zeit lassen. Das langen die alle da hinrennen. Das ist alles gut. Das langen sie auch nur eine verfolgt ist. Umso besser. Oder? Ja doch. Scheiße. Scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Ah. Ich drücke. Ich drücke nicht. Letters absichtlich. Ich drücke die nur, um das zu beenden. Oh Gott. Was ist denn das? Ist ja gut. Hallo. Fuck. Ich mache gar nichts. Ich drücke nur, um das zu beenden. Nicht, dass ihr denkt, ich drücke da auf Letters, um euch zu verarschen. Was ist denn das? Das folgt uns doch gar nichts mehr. Was soll das jetzt? Zeitlupen-Effekt. Ach, seht auf. Und wir haben übelst Glück gehabt, denn wir sind echt unversehr davon gekommen. Ich spreche nochmal bitte, weil nicht, dass wir nochmal tausendmal Letters drücken müssen. Oh, haben wir ein Glück, Mensch. Oh, wow. Hallö. Ist das das Vieh? Endlich. Ich habe den Geschubbten gefunden. Du. Nun denn, unholdes Getü. Parzellon von Streitzig fordert dich zum Kampf. Bereite dich auf dein Ende vor. Aha. Du glaubst also, du hast gegen das Fähne Chance. Ihhh, süßlich. Mir nach. Mit Rondras Donner. Angriff. Versuch's doch. Und er wird sofort sterben. Zack. Ist das so klar? Ist das so klar? Das hat ihn nur angeatmet. Geatmet. Sieht man mal, wie draufgeherischer Typ ist. So. Bitteschön, Würm. Ich habe gehört, der wird es auf die Fresse. Kannst du haben. Kannst du haben. Bitte. Beziehungsweise eigentlich lieber nicht. Lieber das da. Den habe ich jetzt noch nicht. So schnell. Halt kein Spiel. Rundbrand. Uh. Nicht gut. Und vor Grimm. Hat schon. Gott, alles klar. Sie haben aufsorgt. Bitteschön. Ja, aber ich weiß nicht. Oh, vor Grimm ist vor Drall. Du musst da rangehen. Oh, das ist scheiß Vieh. Wie will ein Fünf hat. Oh Gott, was ist denn? Komisches Vieh. Ja, wie wäre es denn, wenn du dich auch mal dahin bewegst? Du Sau. Ach, der kann nicht. Scheiß Bär. Du bleib nicht bei mir. Habe ich da irgendwo vielleicht einfach blicken? Nee. Super. Okay. Komm, 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 komm. Jetzt hat es den aber ran. Er ist tot. Cool. Vielleicht brauchen wir nichts über den Herkunft davon. Patzen. Nee, Tatz. Silber. Okay. Aufgefasst. Für Marco. Jawohl. Halbkreis. Das ist halt blöd, dass es echt nur so wenig Platz hier ist, gell? Dadurch haben wir natürlich wenig Anklussfläche und können den Bär nicht einsetzen. Das ist natürlich echt behemmerbar. Ja, der ist am Runder. So viel würde man vorkommen, sonst geht es uns drauf. Und das wollen wir nicht. Uh, ich dachte, er ist schon tot. Oh, noch dran. Es geht langsam voran, aber es geht voran. Das kann ich dir unendlich oft schlagen, oder? Ganz bald geschafft. Wer, wer, wer hat denn jemand zu sorgen? Gut, gut, gut. Noch zweimal schlagen. Ja. Nein. Ist jetzt erwischt. Na, so ein Listerbauch. Und, sie leben alle wieder. Mal aber wohl, also, ich würd's sagen. Dachtest du, das wäre einer von uns? Äh, äh, äh. So, danach muss erstmal ein bisschen... Klar, wieder... Alle ganz schön schlecht dran. So, hast du Giftzeug? Gut, aber immerhin, du kannst mal ihn handeln. Na, toll. Das war die Falsche. Der da. Und du selbst vor allem. So. Was hast du dabei? Wow. Okay. Ähm. Aufgepasst. Viel Zeug. Der Kopf des Tatselbors. Wie ich denn da bin, bitte? Die Best. Ja, ach was. Uh. Uh. Halt, 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 halt. Was haben wir denn da? Gutes Erzmachers. Ja, toll. Ich hab mir den Effekte. Gutes Erzmachers. Na, danke. Ach, man, jetzt gibt da mal irgendwas rüber, was du nicht brauchst. Ihr, gib dem Scheiß mal weiter. Da. 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 Bit. So, du kannst mal... Das werde geben. Das werde geben. Na, gestärbt. Das bringt ja nicht als viel. Gut. Ähm. Dann... Bitteschön. Naja, das ist endlich der Charakter, aber das ist jetzt nicht weiter schön. Dann kriegt sie das mit dem Ding hier. Bitte. Und du... Ist ja noch das Ding. Bitte. Klappt das? Das klappt. Geschmeidere Raya. Er hat noch nichts. Was bringt mir das? Quack, du bist eins. Oh ja, gute Mellen. Bist du jetzt nichts. Nein, nicht weg. Nicht weg. So. Kopf des Tatselwurms. Ach, das ist ein Abblick dran, der Kopf des Tatselwurms. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. So, alles klar. Hier haben wir also Magier gefunden, den Toten. Und wir können rausgehen. Das war ja mal interessant. Haben wir die Höhle, das ist abgeschlossen. Läuft. Cool. Freut mich. Freut mich. Du. Ja. Na, 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 na. Lade, bitte. Mach schon. Jetzt. Ach, gut. So. Das war's ja schon mit den Aufgaben von dem Rattelshof. Wenn ich mich nicht irre, da will ich jetzt ordentlich Kohle sehen. Und dann können wir ja noch Brennzeilen latschen. Wird ja zu eid. Und so. Wenn der Ladewischung fertig wird. Vielleicht werden wir noch teleportiert. Das wäre ganz cool. Eigentlich habe ich nämlich keinen Bock zu laufen. Das macht nämlich keinen Spaß. Weil, da muss man was tun. Und... Ja, ich freue mich, was tun. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, ja. Ähm, hä? Am selben Ausgang, wie wir reingekommen sind. Wieso das denn funktioniert? Und wir dürfen alles laufen. Das war sowas von klar. Das ist ja solche Penner. Weißt du, wegen allem Scheiß teleportiert ihr mich? Aber, wenn ich es mal möchte. Nee. Das muss ja nicht sein. Die können das ruhig mal laufen. Na gut. So, haben wir wenigstens mal die Chance, das Bellmatt hier mitzunehmen. Da müssen wir hin. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Und dann... Oh, der Tannler, ich glaube ich schon so gut hier abgeschlossen. Viel kommt da nicht mehr. Wenn man eigentlich alle Aufgaben erledigt. Hallo? Jetzt. So, da könnten wir uns echt mal sauber machen, denke ich. Wir müssen da ja nicht mehr rein. Ähm, benutzen. Lass das mal vordringen. Ist das auch Seife? Er hat keine Seife. Hast du Seife? Er hat keine Seife. Hast du Seife? Sie hat keine Seife. Gut, dass wir sowas nie dabei haben. Naja, wenigstens ist einer sauber. Unser wichtigster Mann. Ha. Ich. Okay. Ähm. Zu dem Herrn Ebergutz. Von dem ich immer noch denke, hat ein dämchen Namen. Von dem ich jetzt eine ordentliche Belohnung... Was ist das denn da so? Hinten irgendwo. Alter. Was ist so weit? Gott, verdammt. Pff. Immer diese Lauferei. Okay. Wie gesagt, von dem ich jetzt auch nicht Belohnung sehe. Wir haben ja schließlich viel getan für ihn. Seine Schweine geklaut. Aber immerhin, wir haben ein Vieh erledigt. Das heißt, das, was hier passiert, das wird so schnell nicht noch passieren können. Da kann man schon mal so 150 Millionen Dukaten nämlich weitergeben, ha? War ganz cool. Würde ich nehmen. Ich meine, gut. Das mache ich mir das ganze Geld. Aber egal. Besser als ein Vieh. Hab ich nicht mehr. 304. Das ist nicht viel.